Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Musste Wissen Deutsch. Heute geht es um die wichtigsten Textgattungen, nämlich Epik, Lyrik und Dramatik. Und was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Texte sind ja überall, zum Beispiel im WhatsApp-Gruppenverlauf von deiner Clique, bei Romeo und Julia oder im Märchen von Rotkäppchen, manchmal auch im Werbeslogan auf deiner Zahnpastatube. Wie kann man sich da eigentlich einen Durchblick verschaffen? Euren WhatsApp-Verlauf interpretiert ihr sicher nicht im Deutschunterricht, oder? Das liegt daran, dass das kein literarischer Text ist. Genauso wie Kochrezepte, Bedienungsanleitungen, Telefonbücher oder Texte aus eurem Bio-Schulbuch. Das sind nämlich alles nicht-literarische Texte. Auf eine schön ausgeschmückte Sprache kommt es bei Ihnen also nicht an, Sie sind neutral und möglichst einfach geschrieben. Solche Texte wollen Ihren Leser über etwas informieren. Nicht-literarische Texte handeln immer in irgendeiner Weise von der Wirklichkeit. Bei einem Kochrezept, das komplett frei erfunden wäre, das wäre auch ziemlich chaotisch dann in der Küche. Im Gegensatz dazu sind literarische Texte meist vollkommen ausgedacht. Man teilt sie in drei Kategorien ein. Dramatik, Epik und Lyrik. Und um die kümmern wir uns jetzt. Für alle die, die es eilig haben, meistens kann man schon auf den ersten Blick erraten, zu welcher Gattung ein Text gehört. Lyrik ist in Versen und Strophen geschrieben, so wie hier. Dramatik besteht fast ausschließlich aus wörtlicher Rede von verschiedenen Figuren. Und Epik ist ein normaler, flüssiger Text, so wie ihr ihn vielleicht aus den meisten Büchern kennt. Ja gut, bei Drama denkt ihr vielleicht erstmal an katastrophale Schulnoten oder an Zoff unter besten Freunden. Aber Dramatik, das ist auch eine literarische Textgattung. Oh, Romeo! Meine Verwandten, wenn sie dich sehen, so ermorden sie dich! Julia, es ist mehr Gefahr in deinem Auge als in 20 ihrer Schwerter! Zur Dramatik zählen Texte, die für Aufführungen geschrieben wurden. Also zum Beispiel Theaterstücke oder auch Musicals wie König der Löwen oder Opern gehören dazu. Es gibt keinen Erzähler, der die Handlung zusammenfasst, sondern nur sprechende Figuren. Fast der ganze Text besteht aus wörtlicher Rede, die in verteilten Rollen vorgetragen wird. Und ab und zu gibt es dann ein paar Regieanweisungen, in Klammern, zum Beispiel Sie fällt in Ohnmacht. Oder auch eine Anmerkung zum Bühnenbild. Man liest im Prinzip ein Drehbuch. Die Dramatik kann man dann noch weiter unterteilen. Gibt es zum Beispiel ein Happy End, handelt es sich um eine Komödie. In einer Tragödie muss am Ende meistens einer sterben. Bekannte deutsche Dramen, also die Bestseller des 18. Jahrhunderts, sind Maria Stuart von Schiller oder Nathan der Weise von Lessing. Die einzelnen Textabschnitte heißen Szenen und die wiederum bilden Akte. Manche Autoren sagen, anstatt Akt auch Aufzug. Kommen wir zur Epik. Rotkäppchen machte sich auf den Weg zu der Großmutter. Wie es ankam, stand die Türe auf. Darüber verwunderte es sich. Und wie es in die Stube kam, sah es so seltsam darin aus. Aber Großmutter, was hast du für ein entsetzlich großes Maul? Dass ich dich besser fressen kann. Damit sprang der Wolf aus dem Bett, sprang auf das arme Rotkäppchen und verschlang es. Epische Texte, so nennt man Texte, die zur Gattung Epik gehören. Und die begegnen uns mit Abstand am häufigsten. Zum Beispiel in Romanen wie Chick oder Harry Potter. Und vielleicht hat euch eure Oma früher mal das Märchen von Rotkäppchen erzählt. Das ist auch ein epischer Text. Genauso wie Kurzgeschichten, Novellen oder Fabeln. Alle diese Texte haben eins gemeinsam. Sie haben einen Erzähler, der die Handlung schildert. Daher auch der Name Epik. Denn das ist griechisch und bedeutet so viel wie eine Erzählung oder eine Geschichte. Im Gegensatz zur Dramatik sprechen die Figuren also nicht durchgängig in wörtlicher Rede, sondern die Handlung wird aus einer Erzählperspektive geschildert. Deshalb sind auch Rückblicke und Vorausdeutungen möglich. Und wir erfahren, was die Figuren denken und fühlen. Beim Drama müssen uns die Figuren das schon selbst erzählen. Hm, Erzählperspektive? Das habe ich ja auch schon mal im Video gemacht. Das könnt ihr euch hier nochmal anschauen, wenn ihr da hinklickt. Die Sprache der Epik ist ungebunden. Also ganz normal, ohne Reim oder besondere Betonung. So wie ich jetzt gerade rede. Hoffentlich. Diesen Stil nennt man Prosa. Und jetzt fehlt nur noch die Lyrik. Mit Kronen und Schweif. Mein Sohn, es ist ein Nebelstreif. Lyrik, das ist einfach ein originelles Wort für Gedicht. Lyrische Texte bestehen aus Versen. Und mehrere Verse ergeben eine Strophe. So wie bei einem Lied. Manchmal reimt sich Lyrik, manchmal auch nicht. Und oft sind die Sätze ungewöhnlich aufgebaut. Mitten im Satz beginnt ein neuer Vers. An einem Wort wird eine Silbe weggelassen. An einem anderen eine drangehängt. Und so entsteht ein bestimmter Rhythmus beim Sprechen, den ihr vielleicht von Gedichte vortragen kennt. Die Metrik. Dramatik, Epik und Lyrik. Einen Merkzettel mit den wichtigsten Punkten dazu findet ihr am Ende des Videos. Habt ihr alles soweit verstanden? Wenn nicht, dann schreibt eure Fragen gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Nicht vergessen, gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren. Tschüss! Tschüss!